Jetzt habe ich beinahe die Aufnahme vergessen... Moment, ich will jetzt erst was trinken. Ah, Wasser. Überreste. Ja, aufheben kann ich es nicht. Muss ich jetzt erst warten, bis sie da überall freigeräumt haben? Weil dann stelle ich vielleicht noch einen Hausmeister ein, Theresa Split. Oh, meine Laune, aber ich brauche eine Aufnahme. Ach nee, mach doch keinen Quatsch. Kann ich das jetzt schon bauen, Aufnahme? Kann ich jetzt... Guck mal, super Cheat-Tor-Trick. Jetzt konnte ich das verkaufen. Gut, das ist, finde ich, gecheatet. Oh, da ist aber wenig Platz. Oh, Moment mal, die Aufnahme ist irgendwie... Kann ich die eins kleiner machen? Ah, dann geht das nicht mehr hin. So geht's. Aber wir machen mal so. Ja, wie, da kommt jetzt schon ein Patient. Ja, Moment, warte doch mal. Was ist da los? Noch gar nichts gemacht und es kommen schon Patienten. Assistent. Wird schnell müde, ja, ganz genau. Reizbar. Na ja, gut. So, jetzt stellen wir da wieder Jobliste. Du machst nur eine Aufnahme. Ähm, jetzt brauchen wir hier erstmal Arztzimmer. Zimmer. Arzt. Und nur tun wir drehen. Zack. Drehen, bitte. Ein Moment, das ist so... Ja, das ist ja... Das ist zu breit. Vier. So breit brauchen wir es aber nicht. So. Schön vor das Fenster. Achso, da habe ich ja schon Abfall einmal hingestellt. Löblich, Nick. Löblich. Ah, warte mal. Wie, da ist wirklich kalt? Aber ich hätte gedacht, hier wäre Wüste. Da brauche ich doch jetzt keine Heizung, oder? Brauche ich da jetzt wirklich eine Heizung? Mach keinen Scheiß. Ich weiß nicht. Brauche ich vielleicht später. Jetzt muss ich erstmal gucken. Erdrücken. So. Plant. Zertifikat, das kennen wir ja. Die Uhr. Und der Stuhl. So. Bonk. So. Machen wir hier gleich mal so Automaten hin. Getränke und Snack. Boah, ich habe 3640 Kudosch. Warte mal, hier können wir doch einen Luxussnack-Automaten hinbauen. JumboNuts. Yes. So. So. Einstellen. Oh. Stimper. Die ist gut. Die Frau Stimper. Die ist ja perfekt für diesen Job. So. Können wir das mal irgendwie... Können wir das verkaufen? Können wir das nicht? Ja. Oh, doch. Cool. Das wäre wahrscheinlich auch Dinge, die hätte ich wahrscheinlich reparieren können, aber... Ach, das kostet die Welt, gell. Bringe ich hier auch nochmal ein 3x3-Ding hin? 1-3, 1-3, 1-3, yes. Cool. Diagnosis. So, hier so ein... Zack. Mülli. Feuerlöscher. Heizkörper weiß ich noch nicht. Weil eigentlich habe ich in Erinnerung, dass ich gesagt habe, es ist warm. Wüste. So, was brauchen wir denn hier noch? Ein Sehtest vielleicht. Kaffeemaschine ja ganz genau. Eine Waage. Und dann vielleicht noch was an die Wand. Irgendein Bild. Scheiße, ich brauche noch eins. Hier. Gold. Ich habe mir sogar überall immer eine Kleinigkeit gekauft. Was denn zum Beispiel? Zu Souvenirs? Oder was zu futtern? Oh, apropos was zu futtern. Oh, ich habe heute Frühstück vergessen. Oh, shit. Ich habe das Frühstücken vergessen, warum auch immer. Nur Kaffee getrunken und geraucht. Darf man jetzt gar nicht sagen, wie das normalerweise heißt, gell? Aber ihr wisst schon, was ich meine, wie man das nennt. Kaffee und Zigaretten. Ding, ding, ding. Was brauchen wir hier, Krankenpfleger? Herbert, wurscht? Nee, das... Boah, da ist ein super Springer. Der Ian, wurscht. Das ist der Bruder vom Herbert, wurscht. Nehmen wir mal den. Du bist nur der Diagnosser. So, dann brauchen wir noch eine Apotheke. Apotheke. Zack. Feuerlöscher. Heizkörper weiß ich nicht. Obwohl ich mich schon so dran gewöhnt habe. Hier, Foto von Jasmine Odyssey. Das würde ich gerne hier ausnehmen machen. Ach ja, Uhr. Stuhl für den Mitarbeiter. Ja, passt eigentlich, ne? Das brauchen wir hier auch noch. Ich stelle jetzt erst mal den Wurst hier ein, aber der ist halt Springer, weil der kann einfach alles. Brauchen hier noch Sitzgelegenheiten. Hier einmal. Hier wäre... Ah, nee, geht leider nicht. Oh, hier ist es doch gut. Unterhaltung brauchen wir auch noch. Hier vielleicht so ein Zeitungsständer. Oh, da geht nicht. Wo haben wir unsere Arcade-Machine? Oh, Telefon. Geht das? Auch nicht. Hier, Telefonie. Wo ist denn das? Da, der Spielautomat. Hier. Beim Tierpark habe ich mir einen großen, roten Panda-Plüsch geholt. Gott, wie groß ist denn der? Weil sie lauf kleine Sachen zum Hinstellen. Gestern eine Tasche und Schlüsselanhänger vom Flug von Novgorod. Und heute mal schauen, was dazu kommt. Aber ansonsten gab es noch im Dongshuan-Center zwei Bilder, die ich mir geholt habe. Bubble Tea beim Alexanderplatz. Und gestern noch süßes, sonst eben ist krass. Du brauchst aber, hast du eine große Tasche mitgenommen, da hast du einiges. Einiges dabei. Bubble Tea. Ich habe einmal zum Thema Bubble Tea. Weil das war ja vor, wann? Fünf Jahren oder so, war das ja total hip. Bubble Tea. Und ich habe mir gedacht, geil, jetzt hole ich mir mal so ein Bubble Tea. Weil bei uns gab es dann plötzlich so ein, dieses New York Bubble Tea. Das war doch auch mal ganz hip. Ich glaube, das gibt es nicht irgendwo mehr. Da habe ich zu mir gesagt, komm, wir holen uns jetzt mal so einen komischen Bubble Tea. Dann haben wir uns einen Bubble Tea geholt. Boah. Boah. Bäh. Also, war gar nicht meins. Überhaupt nicht. Es hat echt... Strange geschmeckt. Bubble Tea. Sachen gibt es. Da liegt noch überall Müll. Och, Pausenraum brauchen wir ja auch noch. Was haben wir jetzt hier eigentlich noch am Platz? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Scheiße. Das sind doch keine zwölf. Oh, der macht doch keinen Quatsch. Ja, eben. Es sind sechs. Aber sechs sind halt zweimal drei, gell? In Mathe, da ist ein guter Nick. Sechs sind zweimal drei. Aber hier nicht. Aber wir brauchen auch noch Klos. Aber hier doch nicht. Nee, hier nicht. Ja, pass auf. Dann machen wir das hier hin. Ähm. Pausenzimmer. Auf. Ja, doch, das geht. Also ja, vier mal drei. Ja. Ja, machen wir es mal so. Was, das Plüschtier ist so groß wie mein Kopf und Oberkörper. Ach du Scheiße. Und dann noch einen langen Schwanz der Glaube bis zu meinen Knien dann reicht. Es kommt drauf an, wo man sich den holt. Bei dem Center war der auch nicht so meins, aber am Alex fand ich den nicht so schlecht. Ja, stimmt wahrscheinlich. Vielleicht war der New York Bubble Tea nicht unbedingt gutes Zeug. Was, so ein riesen Plüschtier. Echt? Das musst du die ganze Zeit durch die Gegend schleppen. Das wäre mir ja fast zu anstrengend. Oh nice, jetzt passt die da in die Ecke. Biebi, bieb, 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 bieb. Ich stelle nur noch so Luxusdinger hin, da müsst ihr mehr zahlen dafür. Hahaha, nice. Oh, hier passt der hin. Plant. Wo ist das Schlagbrett? Du bist ja eigentlich hier hin, aber da geht's natürlich nicht, ne? Aber hier geht's hin. Aber das passt eigentlich. Ähm. Naja, hab den mir am Ende geholt und bei meinem Rucksack eingespannt. Achso. Ja gut, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so rumläufst und nachher Kreuzschmerzen kriegst, weil das so ein riesen Ding ist, dann passt's ja, ne? Ähm, was ist jetzt eigentlich mit dir? Wie schaut's da mit Temperatur aus? Zu, ah, es ist wirklich zu kalt. Das gibt's doch gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, hier wäre überall warm. Ja, dann müssen wir... Dann, ne? Müssen wir hier bisschen... Auch hier muss ich irgendwo noch ne... Hier vielleicht aber noch ne kleine Ehr. Ja, schau, ist doch schön. Da, guck mal, jetzt ist der überall muggelig. Ne, so riesig nun auch nicht. Hat super gepasst und extrem warm gehalten. Oh, ja, stimmt. Ist natürlich praktisch, wenn du den auch als... als Bewärmung benutzen kannst. Was brauchen wir jetzt da eigentlich? Upgrades an fünf Maschinen, fünf Patienten. Können wir hier nicht jetzt schon upgraden? Ach, Toilette. Toilette habe ich vergessen. Ich überlege gerade. So eine Zweier Toilette reicht eigentlich. So, Waschbecken. Feuerlöscher, falls mir jemand scharf gegessen hat. Tja, kann man sogar noch ne Pflanze reinstellen. Und ne Uhr, damit man weiß, wie lange man schon kacken ist. Wunderbar. Es ist ja wunderbar. Ich hätte aber trotzdem... Haben wir noch einen Hausmeister irgendwie? Oh, Geisterjäger. So, hier, mach sauber, please. Oh, Geisterjäger. Oh. Forschung. Ja, aber jetzt muss ich mal überlegen. Ah, es wird, glaube ich, eine wilde Aufteilung. Normalerweise mache ich am Anfang nur Diagnosen und so. Aber der Raum ist halt schon viel zu klein für alles. Ihr Raum ist wichtig für uns. Bitte versuch, sich zu beinem. Also, so ist es schon. So. Was hat... Achso, ne, eine Mütze hat er auf. Achso. Oh, 6000 hier ist es. Ding, ding. Können wir ein bisschen schneller putzen? Geile Mütze. Ja, momentan würde ich echt gern ein bisschen abwarten, was denn die Leute so wollen. Weiterbildungszimmer. Ich will jetzt hier noch nicht aufmachen. Nicht, dass dann die Hausmeister da rüber gehen und da putzen. Die sollen erstmal hier fertig machen. Obwohl, da sind sie eigentlich fertig und das werde ich ja nachher einfach zubauen. Ich will das kaufen. Aufheben. Das kann man alles verticken. Da würde ich vielleicht Zimmer... Aber Weiterbildung ist halt auch so doof, ne? Weil... Was habe ich jetzt schon, Kohle für große Weiterbildung? So. Enzyklopädie Bücherregal. Plus vier Weiterbildungstempo. Heizung. Ähm... Pflanze. Skelettmodell. Stufe 2. Warte mal, da können wir ja noch... Hier eine Uhr. Was war das? Ah ja, Stufe 3. So. Wie liegt viel Abfall rum? Das ist mir... Das ist mir schon klar. Oh, schau mal. Haben die schon aufgewischt? Das ging schnell. Hat die Frau Stümper. Möchte befördert werden. Okay. Bitteschön. Freit sie sich. Die Frau Stümper. Der trommelt. Was ist das hier? Bilge. Möglichst ein Hausmeister an Geräten. Upgrades. Achso. Ja, aber da könnte man doch jetzt derweil mal Kurs starten. Ähm... Die Frau Bilge. Da. Kurse. Die hat jetzt Mechanik. Die wird jetzt einfach nur Upgrade. Super Upgrade wird die. Oh, ist teuer, ne? 20.000. Aber jetzt ist es noch so. Komm. Haben wir ja gleich wieder drin. 20.000. Das sind dreimal Medikamente. Oh, da kommt sogar Heli. Wirst du das? Achso. Der Lehrer. Oh, der Lehrer kommt in Heli. Nicht schlecht. Der Hausweist der Lehrer kommt in Heli. Wer lang hat, lässt lang hängen. Kann man bitte jemand die Pflanzen gießen? Das wäre nice. Müssten wir hier ins Ortszimmer. Mal da gucken. 1.000 Forschungspunkte. Ist hier gerade irgendwie... Kann ich das nochmal upgraden? Zu Easy Scan 3. Ach, kostet auch 20. Die haben wir schon wieder eingenommen, gell? Schock-Therapie. 1.000 Forschungspunkte. Forschung ist, glaube ich, auch teuer, oder? Forschung. Wo ist denn das? Ja. Würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen sparen. Was ist jetzt? Behandlung? Ja, hauptsache, du hast gezahlt. Was ist mit dem? Schön warm eingepackt. Ping. Bi-bi-bi. Ah, ne, wir warten jetzt mit dem Upgrade erst bis... Schlechtes Bauchgefühl-Apotheke, okay. Was, der ist kalt, aber wir haben doch da eine Heizung reingestellt. Dann stellen wir noch eine kleine rein. Ach, bin ich vorbei. Hier, ach, schau mal. Ah ja, die friert da hinten. So, jetzt halt. Soll ja keiner bei mir frieren, das braucht's ja nicht. Aber ich hätte wirklich gedacht, hier wäre Wüste und warm. Ne, bei der hier. Zum Kraftwerk. Oh, was ist das? Achtung! Gewitter! Oh, ne. Richtig Kleeblatt. Es gibt wieder ein Theme Hospital. Yes! Geistiger Nachfolger zu Theme Hospital. Das ist damals auch so gern gespielt. Ich hab's damals gesuchtet, Theme Hospital. Oh! Ach! Wieso schlägt der Blitz? Oh! Oh! Hm. Ist rum? Ui, keine... Ja, logisch. Blitzeinschlag macht mein Besen. Nice. Ah, die Frau Bilge will jetzt eine Beförderung. Gut, äh, Frau Bilge. Wir hätten hier ein Upgrade zu installieren. Wo ist die? Hier. Dann nehm ich die mal. Da war's doch. Da. Weil die ist jetzt ex... Äh, hallo! Such nach Arbeit, du wirst ja mich verarschen. Theresa Split ablösen. Ja, wau, 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 wau. Frau Split, was soll denn das? Geh mal Pause machen. Bist doch gar nicht Experte. Ja, aber ab einer gewissen Größe haben die mir alles vollgekotzt. Ehrlich? Also meinst du, im Theme Hospital früher? War es ja auch... Boah, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Alles vollgekotzt, auch nicht schlecht. Vielleicht hat da jemand einen, einen Fortnite in die Ecke gesetzt. Hat so gestuppen. Reiche Stufe 4 mit Pausenzimmer, ja genau. Natürlich Besseres im Kopf. Oh, wir brauchen einen Ersatz, warte mal. Wir brauchen einen Ersatz. Oh, da haben wir einen Radiologen. Oh. Oh, was ist das? Das ist... Oh, das ist wieder so ein... Was? 53? Ach komm, dann arbeitet der so lang. Als Vertretung. Ja, da konnte es Pflanzen aufstellen ohne Ende, aber hat nichts gebracht. Ja. Ja, damals, ne? Das hat alles noch nicht so ausgereift. Obwohl ich sagen muss... Oh, wir brauchen ja auch einen Ersatz. Hier gibt es auch noch so ein paar Sachen, die eigentlich dringend... Verbesserung bräuchten. Der ist gut. Diagnose und Behandlung. Der kann Apotheke und Diagnose machen. Zack. Ah ne, Assistent kommt. Gut. Bestimmt, ich bräuchte noch einen Assistenten. Einen Ersatz-Boy. Humor. Wird unweidlich, wenn er unzufrieden ist. Schmutzfing, bräuchte ich nicht. Uh, der ist gut. Der ist gut. Den nehmen wir mal. Da haben wir auch gleich einen für Marketing, falls wir einen wollen. Halt von Marketing jetzt nix. Eigentlich. Wenn wir nicht gerade irgendeine besondere Aufgabe haben, finde ich Marketing unnötig. Dafür, dass du Mechanik 2 hast, bist du aber ganz schön langsam, Madame. Krankenhaus liegt mir in Abfall herum. Ja, du bist lustig. Aber wir können ja hier schon mal hier Mülli aufstellen. Und, warte. Äh. Äh. Players are reminded to stay hydrated. Puh. Buh, Entschuldigung. Oh. Äh. Ui. Ab einem gewissen Alter, ne? Muss man mal aufpassen, dass es einem nicht verreißt. Oh. Hörst du? Auf da rein zu brechen. Oh Gott. Sie hat verbalen Durchfall, ne? Kann es sein? Ich glaube schon. Mann. Puh, 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 Puh. Schaut's mit der Kohle aus. Oh ja. Na ja. Jawohl. Gieß the plants. Medikamenten-Mixer-Upgrade. Ja, aber die Madame hat gerade zu tun. So eine Upgrade-Frau. Und dann braucht sie erstmal Pause. Deswegen warten wir damit jetzt noch ein bisschen. Das ist jemand kacken? Oh, komm her. Macht jetzt Pause. Also, was für ein... Jetzt arbeitet hier keiner mehr, ne? Haben wir... Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht? Ja, wir haben doch drei. Guck mal. Das ist gerade auf dem Klo. Ja, äh, Pause ist rum. Was für ein Assi, ne? Sitzt der andere die ganze Zeit hier rum, während da Mechanik gemacht wird? Und kommt nicht auf die Idee, während der Zeit Pause zu machen, bis es fertig ist. Und dann ist es fast fertig. Dann sagt er, oh, jetzt kriege ich eine Pause. Muss ich mir merken. War das der? Das war der Wurst, ne? Den merke ich mir. Zu viele Hausweise kann man gar nicht haben. Oha! Eine lange Warteschlange. Kann sie jetzt mal hinmachen? Wieso ist die so lahm? Es kann doch nicht sein, dass die so lange braucht. Jetzt, komm! Madame, mach hin! Der Gehalt passt dir dem Gehalt nicht, weißt du? Ach so, Easy Scan 3. Jetzt machen wir schnell Pause. So. Jetzt können wir da ein bisschen abarbeiten. Und jetzt fangen wir jetzt die Leute jetzt schon an zu sterben. Hallo! Wo ist denn die Nummer 1? Schlafen wir oder was? Da brauchst du nicht so schauen. Hopp, hopp, hopp. Könnte man... Ui da! Es regt mich auf, wenn Leute langsam sind. Riech Aggressionen. Was ist das? Ah, Gesundheitsinspektion ist mir wurscht. Sowieso immer super. Ich glaube, ich baue jetzt... Das habe ich noch nie gemacht, aber ich baue jetzt eine zweite Apotheke. Das braucht es eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Wegen Upgrade und so. So, habe ich jetzt Bock. Bam, ba-da-da-da-bam. Healthinspector, now arriving at the hospital. Du, da-da-da-da. Mhm. Ur... Stuhl. Ähm, ja. Vielleicht. Jetzt kann nämlich hier gleich jemand kommen zum Upgraden. Aber schade, dass ich das nicht auf... noch auf geschlossen setzen kann, ne? Das ist schade. Ach, Müll... Ach, Mülltonik. Pony, 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 Money, Money. Aber schau mal, die kann ich auch so verschieben. Das ist nice. Wie schaut es hier aus, Warteschlangen-mäßig? Was machst du da, Madame? Was wird denn das? Wie repariert? Als ob der schon kaputt wäre. Jetzt zieh Leine. Vielleicht denkst du mir ein bisschen nach, dass gerade... Beide in Bearbeitung sind, da kann ich doch nicht an den zweiten gehen. Wir brauchen vielleicht einen, um die Patienten zu behandeln. Krutze, fix, ey. Manche Mitarbeiter sind so doof. Nein. Station benötigt. Oh. Station. Die machen wir da hin. Da haben wir nämlich schönen Platz. Timma, schatja. Na, drehen sie sich doch. Eigentlich? Ja gut, dann so. Also ich krieg da keine... Ah, scheiße, alles viel zu klein, warte mal. Da müssen wir noch umbauen. Moment. Ha-ha. Das ist gut. Oh, jetzt krieg ich... Jetzt krieg ich es nirgendwo hin. Gut, dann nicht. Kann ich? Yes. Oh, nee, kann ich nicht. Oh, warte mal. Oh, nö. Äh? Äh, ein kleiner. Ach, so geht's. So geht's. Geht es immer noch nicht? Schade. Ich habe gehofft. So, und... Warten wir Feuerlöcher brauchen, natürlich noch. Äh, eine Heizung. Und... Geht er nicht. Geht er überall nicht. Ihr müsst alle frieren. I'm sorry. Komm, dann schimm mal sie da hin. Ähm... Halt. Pflanze, gut. Pflanze, geht da noch? Ja. Ja. Pflanze, eine Uhr. Hätten wir gern. Und ein komisches Bild. Dass die Leute nicht so... Öde ist. Hier, ein Foto von... Der Promi. Promi-Frau, dass sie auch schon da war. Nachtisch. Für Nachtisch habe ich keinen Platz. So, jetzt brauchen wir hier noch einen Crankenpfleger. Oh, hier, Station. Der Nigel. Oh, hat hohe Gehaltsvorstellungen. Der ist super. Guck mal, der kann auch alles. Der Fred. Hier, du bist ab sofort Stationist. Na, geh halt weg. So. Ähm, stopp. Objekte. Hier ein Bänkchen hin. Da vielleicht auch. Und dann... Ach, guck mal. Hier können wir nämlich fett die Automaten hinstellen. Und auch eine Heizung. So. So. Noch ein Feuerlöscher. Ich glaube nicht, aber... So, Spielautomat. Falls mal wieder länger dauert. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Können wir hier... Natürlich können wir hier... Nice. Äh, Assistent. Äh, streitet gerne. Oh, Hund. Der schreckt mich doch nicht so. Oh, Gott. Das will. Ja, gut. Die ist jetzt nicht perfekt dafür, aber... Naja. Soll jetzt einfach mal da arbeiten. So, hier alles gut, ja, ne? Hm? Soll ich... 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 Vielen Dank.